Mein Ziel ist es heute, Killer für 5 Gents aufzuhalten. Das bedeutet nicht, dass ein Chase immer für 5 Gents geht. Ich werde sicher auch mal down gehen. Aber wir wollen den Killer so lange aufhalten, dass unsere Teammates die Gents durchkommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem neuen Video und ein frohes neues, meine Lieben. Alright, wir starten direkt mit einem Fast Vault, um die Aufmerksamkeit des Killers zu bekommen. Ja, wow, das ist direkt die Mieze. Bupupalle! Oh, nice. Gucken wir mal, was der drauf hat. Er will mit seiner Sega umgehen. Und er macht Mindgames, nice. Alles klar, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja, da schaffe ich noch einen Loop, easy. Oh, nee, die müssen wir droppen. Stun? Yes, sir. Aha, er will um die Palette spielen, faken wir, nice. Jetzt wird das kaputt machen. Da können wir weiterziehen. Richtung Check we go. Schöner Fake, er zieht die Sega und da können wir ins Check reingehen, weil wir genug Zeit haben. Die läuft aus. Ja. Bupup, kommen Sie mit. Hat er beim Busel? Nein, aber er vaultet doppelt. Oha, der will wirklich mit seiner Sega einen Down bekommen. Zack, gehen wir wieder durch. Die läuft aus. Ja. Committed er. Tut er. Nice. Oh, das Fenster ist geblockt. Aber jetzt können wir wieder zu der anderen Palette gehen. Weil der Sumpf ist zwar nicht der beste Ort zum Loopen, aber das Setup ist halt mega nice. Der Kollege ist stuck. Ah, es passiert im Besten. Oh, warte, warte, warte. Ach, schade, kein Stun. Aber ich glaube, das Fenster öffnet sich in ein paar Sekunden wieder. Ich muss nur so lange durchhalten. Und der erste Gen ist schon durch, Leute. Seht ihr es? Das ist sehr, sehr gut. Oh, Fenster ist wieder offen. Oh, müssen wir vaulten? Oh. Huh. Das war knapp, weil es ein Slow Vault war. Er vaultet auch wieder. Ich glaube, ich komm mit dir direkt. Oder? Ne. Wir müssen werfen. Und zwei Jans sind durch. Ja, Moin. Ich hab hier nichts mehr. Nein. Ich glaube, hier kriegt er mich, Leute. Warte, warte, warte. Oh. What? Guckt euch die Meck an. Wee. Er sieht sie nicht. Nice. Die kann uns direkt befreien dann. Und der Keller ist ja nicht da. Oh, Meck. You good girl. I got you, homie. Alles klar. Wir gehen Bubas suchen. Da ist er. Sie haben noch einen dritten Gen geschafft, als ich aufgehangen wurde. Droppen wir. Also für drei Jans haben wir es schon geschafft. Zwar nicht, dass es ein Chase ist, aber das ist auch nicht so easy, wenn ich ehrlich bin. Oh, da ist er. Ich dachte kurz, er hätte von mir abgelassen. Warten wir wieder. Weil da kommt er nicht rum. Der Baum ist halt so gut platziert für uns. Warte, hier haben wir das nächste Fenster. Da wieder durch. Zack. Und, wo geht er lang? Oben, oder? Ja. Nice. Schauen wir mal das Fenster. Ja. Oh. Oh, da war der Schwung. Nein, er war... Oh Gott. Ich glaube, ich bin tot hier. Ja. Und er hat einen Knockout. Ich hasse diesen Perk. Aber nur noch einen Gen zu machen. Oh, Bubba hat mir das anders bekommen. Aber alles gut, alles gut. Ich habe noch DS, den will ich noch nutzen. Äh, Bubba? Äh, hallo? Schenken Sie mir bitte Aufmerksamkeit. Bubu, alle. Ey, weißt du was? Geh mal rein. Wieder raus. Ey, interessiert sich halt nicht für mich, ja? Oh, schön, dass dann... Warte, warte. Komm. Ja, nice. Wir können uns vorbeischlängeln. Oh, da war es zu wegen. Come on. Down mich. Hallo? Na, endlich. So, da kriegst du jetzt DS. Nice. Los, mach den letzten Jaden. Ah, er committet nicht auf mich. Aber der Jaden ist durch. Nice. Wir haben es schon geschafft. Wir haben ihn für fünf Jens abgelenkt. Ah, ich lieb's, dass das direkt geklappt hat. Bubba, kommen Sie mit. Wir... Ich lass mich sterben, dass er die Person befreien kann. Come on. Ich hab meinen Job getan hier. Nice. Und alle anderen sind raus. So muss das sein. Wir haben den Tod eh verdient. Wir haben den so genervt. GG's. Oh, eine Huntress? Was schlecht ist, sie hat wen anders im Auge. Ich muss irgendwie die Aufmerksamkeit bekommen. Junge Dame, bitte. Ja, ja, ich glaub, sie sieht mich. Nice, ja, sie geht mir nach. Sehr gut. Das Heu ist mit uns, don't worry. Gehen wir zum Shack. Näher, hör auf. Nice, der war daneben. Geh mir nach, Huntress. Das ist unser Job hier. Das ist immer schlecht, wenn dann jemand dabei ist, der auch mit dem Killer spielen will. Vermittelt sie? Ja, oh, macht sie. Ui. Hat die keine Äxte mehr? Nope. Die hatte keine Äxte mehr. Das ist gut. Oh, sie vaulted. Aber auch kein Bamboosel. Oh Gott, ich muss mich ducken. Ducka. Der war eh daneben. Und der erste Gen ist gemacht. Huntress, lauf nicht weg. Dankeschön. Ganz ehrlich, muss ich einen Killer wieder chasen hier? Ja, faken wir, dass er die Axt sieht. So kriegen wir ein bisschen Vorsprung. Ich glaub, hier mach ich einen Window-Fake. Dude. Ja, er hat funktioniert. Okay, okay, okay. Es ist ein nices Jungle Gym. Ah, droppig. Nee, nee, nee. Wir laufen noch eine Runde. Muss er jetzt aufpassen mit der Axt. Warte. Schön, dass dann... Einfach vor ihr bleiben, dass er mich haben will. Dass er denkt, ey, der Typ ist so nervend, den wir euch haben. Wollt mal. Rum. Nice. Ey, es läuft besser als gedacht. Es läuft richtig gut. Ich fühl's, Game. Alter, die ging schon wieder weg. Huntress, was machst du denn? Oh mein Gott, nee, ich wollte dich nicht zentbecken. Nein, es tut mir leid, nee. Ich wusste nicht, dass sie dir nachgeht. Und sie geht schon wieder weg. Wir müssen einen Killer chasen. Ich hab keine andere Wahl. Wisst ihr was? Ich geh da an, Jen. Bam. Ja, jetzt will sie doch. Guck mal, ich bin verletzt. Ich bin leichte Boy da, Huntress. Oh. Ja, einfach gar nicht hingucken. Da kann auch nichts passieren. Ja, seht ihr? Und zwei Jensen gepoppt. Ja, moin. Nice. Und sie geht schon wieder weg. Wo ist die Huntress? Da ist sie. Claudia, geh weg. Ich chase die. Ja, sie sieht mich. Warte, Volt mal. Zack. Okay, sie geht einfach mit rum. Ich glaub, wir können... Oh, ein Volt. Wir können die Palette benutzen. Ja, machen wir. Zack. Nice. Mach put, Mädchen. Mach put. Noch zwei Jens müssen sie machen. Das schaffen wir. Irgendwie schon. Aber sie ist schon wieder weg. Och Mann, ey. Huntress, wo bist du? Oh mein Gott, jetzt bin ich ins Reingelaufen. Das könnte schlecht enden. Und das ist es auch. Ey, Gott dammit. Ey, hat die nie eine Flashlight? Yes, sir. Oh mein Gott. Und sie hat Timing raus. Ja, nice. Okay, okay, weiter geht's, weiter geht's. Huntress, hier bin ich, hier bin ich. Ich nutze keinen Dead Art, ganz ehrlich. Ich bin viel zu faul dafür. Ich muss mir das aufsparen. Fensterfake? Da sind wir schon wieder. Scheiße. Aber mach Jens, mach Jens. Ja, der nächste Jens ist durch. Nur noch eine. Ne, ja, nice try. Ganz ehrlich, ich weiß, dass du schätzen, ja. Und dann werden wir gerettet. Alle Jens sind durch. Wir haben es schon wieder geschafft. Wir lassen sie ein bisschen schwingen. Ich habe ja eh geliehende Zeit und DS. Von daher, ich will, dass sie mich noch daunt. Was denn los mit dir? Ich stehe hier vor dir. Sie hittet nur die Luft. Aber jetzt komm, jetzt kriegst sie mich. Genau. Sehr schön. Da könnt ihr denn das? Ne, ne, ja, muss nicht kommen. Denn ich habe das hier. Ich würde sagen, wir gehen raus. Eben Bubba habe ich es vor viel gegeben, aber der will ich es gerade nicht geben. Alles klar. Hat er gesehen, wie der mich geblockt hat? Der hat es aber nur gut gemeint. Hat sie noch Äxte? Ich glaube nicht. Sie läuft straight hinterher. Und wisst ihr was? Ich weiß genau, wie sie sich das anfühlt. Wenn ich einen Survivor hasse und den killen will und dann die Randoms einfach sich davor stellen. Post auf. Ich kann es mir vorstellen. Ja, sie machen es. Und sie will nur mich. Sie will nur mich. GG. Wir haben schon wieder einen Sumpf. Oh, ein Myers. Ein Myers. Ich habe jetzt eine Flashlight geholt und einen Toxic Switch gemacht. Um die Aufmerksamkeit des Killers dauerhaft zu bekommen. Weil das mit der Handfluss hat mich genervt. Come on. Ja, Into the Light, mein guter. Nee, hat er mich verloren jetzt deswegen. Myers? Wo sind sie denn, Myers? Ah, da ist er. Nice. Okay. Wir haben es zweimal schon geschafft. Alle guten Dinge sind drei. Wollen wir hier? Kollege, was machst denn du? Warum sprichst du da runter? Myers? Ich bin hier oben. Meine Güte. Da ist er wieder. Sehr gut. Hat ein bisschen gedauert. Er dachte scheinbar, ich bin runtergesprungen. Komm. Nicht nur stalken. Er will halt unbedingt auf die zwei kommen. Ja, jetzt hast du es. Komm, jetzt muss ich mich angreifen. Oh, ja, oh. Hier ist es fast das Fuckboy. Um. Hey, ein Swing. Der wird mich aber treffen bestimmt hier, oder? Ja, ja. Wenn du so movst, Steven, definitiv. Aber alles gut, alles gut. So sind wir leichtere Beute. Genau, da kommen die Swings. Und da ist der erste Gen. Da ist der zweite Gen. Alter. Ja, ich mag die Teams heute sehr. Und er geht weg. Er hat keinen Bock mehr. Nein. Wir müssen den Killer chasen. Ich gehe ihm nach. Myers, wo geht es lang? Myers, geht es mir nach? Ja, genau, geht es mir nach. Oh Gott, ich habe hier ja gar nichts. Oh, scheiße. Ich habe hier nichts. Nicht. Ui. Wo ist eine Palette? Wo ist eine Palette? Wo ist eine Palette? Bitte, da muss doch noch eine Palette kommen. Ach, hier. Nice. Come on. Warte. Und bam. Into the light. Nice. Und da war... Die haben schon wieder einen Gen gemacht. Die haben einfach schon wieder einen Gen gemacht. Aber ich glaube, er ist weg, oder? Ja, ich hänge schon. Gut. Wir ziehen ihn wieder mit uns. Ist euch aufgefallen, dass ich in den Runden davor nicht einmal einen Gen wirklich angefasst habe? Ich habe keinen Gen gemacht. Warte, hier kriegen wir einen Stun. Zack. Kriegen wir ihn geblendet? Ne. Oh, das hat er gut gemacht. Äh. Ja, genau. Geh mir nach. Weil ich bin jetzt leichte Beute. Denkste. Wollt mal. Zack. Ui. So ein Fein... Er wolltet halt gar nicht. Ich will, dass er wolltet. Und ich wollte durchs andere durch. Geht er schon wieder weg? Er geht schon wieder weg. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum muss ich den? Warum muss ich den die ganze Zeit chasen? Er kickt die Jens. Oh Gott, der Jens ist fast fertig. Maja, es geht um mir nach. Sieht er da irgendwo wen? Keine Ahnung. Wir touchen kurz den Jens an. Zack. Oh, der Jens ist fertig. Oder? Ja, komm, mach mal. Klasse, ich habe Steven Jens. Oh mein... Ja, alles klar. Sind alle gemacht. Maja, es kommt doch jetzt endlich mit. Oh, jetzt ist er wütend. Jetzt ist er wütend. Ich will aber, dass er mich einmal aufhängen kann. Ich bitte euch. Der hat die ganze Runde damit verbracht, irgendwie so ein Boosted Ace zu bekommen. Warte, warte. Dead Hard. Oh, nein. Ich bin reingedeadhardt. Ich wollte drüber. Da ist der Facecam. Nice. Magmi. Ja, Bill. Ja, Moin. Ja, Bill. Ist alles gut? Du kannst mich gleich retten, bitte. Das ist ein Bill. Er hat geliehene Zeit. Da bin ich mir sicher. Ne, Maja, checkt es einfach nicht. So, Maja. Oh ja, geliehene Zeit. Komm. Why you bully me? You fucking bitch. Why you bully me? Ja, schön. Hey, das sind die Schwunger. So. Und da geben wir ihm jetzt den Decisive Strike. Und da würde ich sagen, gehen wir raus. Ziel ist erreicht. Noch die Blendung. Zack. Und da gehen wir Richtung Ausgang. Oh Gott, er ist auf 3. Er ist auf 3. Alles klar. Ich gehe noch nicht raus. Ich verstecke mich in der Ecke. Der kriegt bestimmt noch wen. Bill. Oh Gott, schafft es Bill? Bill? Nice. Bill ist raus. Bill ist raus. Okay. Face auf, Majas. Wupp. Ja, Moin. G. G. 20. 20. 20. 21. Vielen Dank.